Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beifall ist berechtigt und in der Tat, jetzt klaue ich bei Welke, die Überleitung fällt einem da ja einigermaßen schwer. Wie kommt man da jetzt von runter? Könnte man sagen, immerhin, wo ist denn das gelaufen, was wir da gerade gesehen haben? Es ist im ZDF gelaufen und wir werden gleich den einen oder die andere fragen können, ob man sich beschwert hat. Ich glaube nicht. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Lassen wir das mal einen Moment sacken. Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen reden über die Chancen und die Grenzen. Das zeigt ja, es gibt Chancen, zumindest glaubt der Veranstalter das. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, ja, da gibt es Chancen, aber es gibt auch Grenzen. Und ich glaube, wir werden heute versuchen, das mal auszuloten. Allerdings will ich eines sagen und Jupp de Grand hat auf den Kollegen Bränder hingewiesen, den wir gerade noch mal gehört haben und ich glaube, da ist wenig hinzuzufügen. Wir wollen ja heute keine Bränder-Veranstaltung machen und wir wollen auch nicht ausschließlich über das ZDF-Verfahren reden, so wichtig das ja ist. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und als jemand, der da auch schon ein paar Tage unterwegs ist, wissen wir, steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wie können wir das neu zumessen angesichts der rasanten technischen Entwicklungen, der Veränderungen im Verhalten der Menschen, genau das zu tun, wofür wir ja eigentlich mal angetreten sind und wofür wir als diejenigen, die im System arbeiten, sagen, ja, deshalb ist es auch richtig, dass das öffentlich finanziert wird. Auf der einen Seite den öffentlichen Diskurs abbilden, in der Breite der gesellschaftlichen Diskussion, Klammer auf, wer definiert das dann? Und zweitens, Realitäten abzubilden und nicht Wunschbilder darzustellen. Genau das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen sollten, zumindest als Herausforderung. Ist ganz einfach, mit so zwei Sätzen zu formulieren. Und wie machen wir das in der Praxis? Und da haben wir einiges zu diskutieren. Und das werden wir heute tun. Wie Sie meisten das von mir kennen, die mich schon erlebt haben, werde ich Ihnen diejenigen, die hier gleich mitdiskutieren, einzeln vorstellen. Wir werden alle hier ein kleines Gespräch führen. Dann nehmen die Platz da in der Runde. Und dann haben wir uns verständigt, dass Sie ausreichend Gelegenheit haben sollen, sich zu beteiligen, wenn wir darüber diskutieren, welche Chancen gibt es und welche Grenzen der Kontrollgremien denn vielleicht für die Zukunft wichtig sind. Als erstes freue ich mich, dass Fritz Wolff, der schon angesprochen ist, bei uns ist. Ich bitte ihn zunächst auf die Bühne für den Auftrag. Und ich sage noch einmal herzlich willkommen und auch danke jetzt schon vorab für die wichtige Arbeit, die er geleistet hat. Fritz Wolff. Jetzt fangen wir doch mal an in Karlsruhe. Sie sind dort gewesen in Karlsruhe. Wenn man das sacken lässt, eine Woche ist es her. Gucken Sie nicht auf Ihren Zettel. Was ist das Wichtigste, was Ihnen hängen geblieben ist? Das Wort einer Richterin. Sie hat gesagt, und das könnte fast der Titel eines Romans von Elias Canetti sein. Sie hat gesagt, sie habe das Gefühl, sie habe es hier mit einer Kleinredung zu tun. Also abgesehen davon, dass es so ein Umwort ist, ist es wichtig. Ja, es ist natürlich, es ist Juristenteutsch. Sie hat es irgendwie nicht anders hingekriegt. Ich habe das mal im Volontariat gelernt. Also diese Umworte sind eigentlich zu vermeiden. Eine Speisung zur Durchführung bringen. Aber lassen wir das. Aber Richter machen ja keine Volontariate, die sprechen ja amtsteutsch. Und was ich damit meinte, war der Auftritt der Politik vor dem Bundesverfassungsgericht. Und das fand ich selbst auch sehr eindrucksvoll, wie es, also speziell die konservativen Vertreter aus dem politischen Spektrum der Konservativen, wie die versucht haben, sich ganz klein zu machen, immer nur zu sagen, nein, also wir üben wirklich keinen maßgebenden Einfluss ein. Nein, das haben wir auch gar nicht im Sinn. Nein, wir nehmen uns da zurück und die politischen Freundeskreise, ach wissen Sie, nachher wir tagen alle im gleichen Hotel und abends sitzen wir alle zusammen und nachher wissen dann sowieso die einen, was die anderen beschlossen haben. Also eigentlich ist das mehr freundschaftlich. Kurz, Sie haben den politischen Einfluss dermaßen klein geredet, dass da so der Richter in der Kragen geplatzt ist und sie dann zu diesem Wort Kleinredung gegriffen hat. Das hat mich sehr beeindruckt, dass Politik sich so klein machen kann, wenn man irgendwie dabei ist, sie gerade am Schlawittchen zu erwischen. Kommen wir mal zu dem, was Sie ja in Ihrer Arbeit im Wesentlichen herausgefunden haben, der öffentliche Auftrag. Fangen wir da mal mit an. Zunächst mal, dass die Gremien da sind, hat eine historische Bewandtnis und ist auch bei aller Kritik nicht ganz schlecht, dass wir uns da mal dran erinnern, oder? Also ich finde das sehr wichtig, dass man sich daran erinnert, dass diese Gremien einmal entstanden sind als eine Reaktion auf staatlich gelenkten Journalismus, als der Versuch, ein Rundfunksystem zu etablieren, das dem staatlichen Einfluss ganz klar entzogen ist und daher diese Konstruktion gefunden hat. Wie sich dann sehr schnell herausgestellt hat, hat die Politik sehr schnell begriffen, welche Chance in diesen Gremien sind. Es gibt daher so eine kleine Episode, dass als NDR und WDR noch beisammen waren, hatte der Hugh Green damals eingesetzt, vier Funktionen, es sollten vier Wissenschaftler die Universitäten repräsentieren. Da gab es eine ziemliche Diskussion hin und her. Ergebnis dieser Diskussion. Erstens, die Anzahl der Gremien-Mitglieder wurde erhöht. Zweitens, anstelle der Wissenschaftler wurden Vertreter der Wissenschaftspolitik nominiert und ein paar Monate später saßen vier Wissenschaftsminister im Gremium. Also das war schon sozusagen, das ist das Grundmuster, was über viele Jahre lang geblieben ist, dass die Politik gerade über die Gremien versucht, den Einfluss zu nehmen. Das war in manchen, zu manchen Zeiten war das sehr, sehr direkt. Zum Beispiel habe ich gehört, auch vom damaligen SFB, dass er durchaus der Innenminister in die Gremiensitzung gekommen ist und den Rundfunkratsvorsitzenden mal kurz zur Sicht zitiert hat und ihm gesagt hat, wo es lang geht. Alle Gremien-Mitglieder haben gelacht, aber das muss sehr direkt gewesen sein. So, langer Rede, kurzer Sinn. Denn die Geschichte der Rundfunkräte reicht weit zurück, hat einen demokratischen Sinn. Und kann man sagen, die Medien verändern sich, die Medien wandeln sich. Vielleicht ist es doch nicht mehr das richtige Modell. Es gibt ja auch andere Modelle, auch die BBC. BBC pflegt ein anderes Modell. Ich bin... Ich schrage in dazwischen. Sie haben gerade gesagt, die Medien verändern sich und die wandeln sich. Inwiefern ist das wichtig für unsere Diskussion hier? Ja, das ist insofern wichtig, als die Aufgaben der Rundfunkräte komplizierter werden, komplexer werden, umfangreicher werden. Gutes Beispiel war dieser berühmt-berüchtigte Drei-Stufen-Test, über den Sie, soweit ich weiß, in allen Gremien gestöhnt haben. Da ist eine Aufgabe auf Sie zugekommen, die gab es vorher nicht. Sowas war bei der Gründung nie angedacht, dass es solche Diskussionen geben wird um die Frage, wie regeln wir die Internetauftritte der Sender. Und da hat sich auch herausgestellt, dass für die Gräme eine ganz wichtige Frage ist, wie qualifizieren wir uns weiter? Wie qualifizieren wir uns soweit, dass wir den sich verändernden Medienverhältnissen wenigstens halbwegs auf der Spur bleiben können? Und wie holen wir uns Expertise ins Haus? All diese Fragen sind natürlich jetzt mit dem Medienwandel verbunden. Das heißt, die geschichtliche Reminiszenz alleine, dass es ein demokratisches Grundgut ist, das man nicht ohne Not aufgeben sollte, ist die eine Seite. Die andere Seite, dass die Gremien natürlich sich mit den Medien mitverändern müssen, ist die andere. Kommen wir aber auf die Begriffe, die ja auch das Verfassungsgericht bisher schon definiert hat. Als Staatsfreiheit auf der einen Seite, nein, das Verfassungsgericht hat bisher in der Tradition gesagt, staatsfern, das ist ja was anderes als staatsfrei. Und damit sind wir bei der Grundfrage, die wir auch häufig sonst wägen. Die repräsentative Demokratie ist die Form, in der wir, zumindest in Deutschland bisher, uns Politik, die die Regel geben, also als repräsentative Demokratie. Was muss sich da verändern? Staatsfreiheit, Staatsferne, wie ordnen Sie das zu angesichts der aktuellen Diskussion? Also ich glaube, da werden wir ganz präzises nachher doch von Professor Gersthoff hören. Staatsfreiheit ist eigentlich der Begriff, um den es geht. Staatsferne ist der politische Begriff, der dazu gefunden wurde, um die Staatsfreiheit nicht ganz so ernst nehmen zu müssen. Also Staatsferne ist dann der Begriff, der zu dem Zustand führt, auf dem wir heute sind, am Beispiel ZDF, dass wir nicht über die Frage diskutieren, ob oder ob nicht, sondern wie viele und wie viele nicht. Wie viel Staatseinfluss darf in den Gremien sein, personell umgesetzt, man wird sehen, was das Verfassungsgericht da herausfindet, und nicht mehr die Frage, ob überhaupt. Sie haben gerade andere Modelle angesprochen. Wenn Sie überhaupt andere Modelle nehmen, was ist denn, was wäre denn praktikabel? Oder sagen Sie, naja, vorsichtig, da schüttet man dann auch das Kind mit dem Bader aus? Also das ist auch wirklich eine Frage der politischen Entwicklung. Es ist natürlich ein Modell, denkbar, ein stärker professionalisiertes Modell wie die BBC, wo nur wenige dafür bezahlte Fachleute die Medienkontrolle ausüben. Das ist auch, denkt man, ich kann es mir hier nicht vorstellen, speziell in unserem föderalen Rundfunksystem hier, wo viele Rundfunkgesetze geändert werden müssen, wo viele politische Kräfte an den Gesetzen ziehen, kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht ganz überzeugt, den Rundfunkräten wird ja hier auch vorgeworfen, dass sie das eine oder andere nicht haben kommen sehen, und der eine oder andere Skandal hätte eigentlich von ihnen früher entdeckt werden müssen und das passiert den professionellen Beobachtern und Kontrolleuren bei der BBC genauso. Ich glaube nicht, dass das in diesem Punkt ein großer Unterschied wäre. Aber wenn ich Sie richtig verstehe und das, was Sie geschrieben haben, richtig Werte, kommen Sie auch zu dem Schluss, und Sie haben es vorhin schon angesprochen, ja, die Kontrolleure müssen deutlich anderes tun in der Zukunft als in der Vergangenheit und wir müssen da auch über Qualität diskutieren. Da wir ja nie persönliche Personen, Menschen meinen, sondern meinen wir das abstrakt, oder? Also, ich meine es etwas, ja, abstrakt möchte ich nicht sagen. Man kann von vielen kleinen Veränderungen reden. Ich finde, ich denke, dass die vielen kleinen möglichen Veränderungen in einen Zusammenhang gehören, dass es einen Mentalitätswandel geben sollte, der sicher keine Sache von heute auf morgen ist, der sicher langfristig ist. Und ich habe versucht, diesen Mentalitätswandel in einem Bild zu fassen, dass ich finde, die Gremien als Kontrolleure der Sender müssen ihr Augenmerk stärker als bisher der Öffentlichkeit zuwenden, ihr Gesicht der Öffentlichkeit zuwenden. Im Unterschied übrigens zu den Verwaltungsräten, die ihr Gesicht eher dem Sender zuwenden. Das war der Versuch, das Bild zu fassen, dass es da diesen Mentalitätswandel bei den Gremien geben muss. Und der kann durch unterschiedliche Themen, unterschiedliche Verfahren befördert werden. Nun ist aber jeder, der in die Gremien geht, in irgendeiner Form Interessenvertreter. Dieses hehre Bild der Objektivität und des Menschen, der dann nur den hehren Zielen verantwortlich ist, das ist schön, aber wir alle wissen, das entspricht nicht der Realität. Ein Gewerkschafter, der da sitzt, ist natürlich seiner Organisation verpflichtet. Fragezeichen, Ausrufezeichen, setzen Sie den Satz fort. Also ich habe ja mit dem, er ist ja von der Sache her nicht verpflichtet, aber natürlich ist er auch Gewerkschafter. Ich habe auch mit Studien mit Gewerkschaftern geredet, die gesagt haben, bestimmten Themen geht Ihnen der Gewerkschafter mit Ihnen durch. Dann arbeiten Sie in diesem Sinne im Gremium, sind sich aber sehr wohl bewusst und ich glaube, da sind auch die Gewerkschafter auch in manchen Punkten weiter als andere Vertreter sind sich bewusst, dass sie eigentlich als Vertreter der Allgemeinheit da sind. Das ist ein Konstruktionsprinzip dieser Gremien, dass man beides zugleich ist und es ist auch ein gewisses Paradox, wenn man so will, dass erwartet wird von den Gremienmitgliedern, dass sie, wenn sie den Raum des Rundfunkrats betreten, jetzt auch symbolisch gesprochen, ihren Interessenhut an der Garderobe abgeben und jetzt Vertreter der Allgemeinheit werden. In der Praxis, und da werden sicher auch Gremienvertreter was dazu sagen können, auch wenn sie hier im Saal sind, wird sich das sicher wieder gemischt auftreten, aber natürlich hat jeder auch seine Interessen. Es sollte nur grundsätzlich so sein, dass kein Rundfunkratsmitglied Lobbypolitik für die inentsendete Organisation betreibt. Für mich wäre der Punkt Lobbypolitik. Das andere ist, es liegt im inneren Widerspruch der Konstruktion begründet. Aber die Forderung, die es ja auch gegeben hat, Jupp Legrand hat sie angesprochen im Spiegel, da kürzlich vom Kollegen erhoben, räte alle Politik ganz raus aus den Räten, so weit gehen sie nicht? Nein, so weit gehe ich nicht. Eher aus pragmatischen Gründen. Ich kann schon durchaus verstehen, ich habe es ja vorher auch gesagt, der Begriff der Staatsfreiheit ist durch den der Staatsferne ersetzt worden, um das auf diesem Level handhabbar zu machen. Ich gehe nicht so weit, einfach weil ich, weil mein Vertrauen in die Medienpolitik in diesem Land nicht sonderlich groß ist. Ich glaube nicht, dass Medienpolitik, ich finde diese Veranstaltung toll, aber Medienpolitik ist eigentlich kein sehr verallgemeinerbares Thema. Und da wird auch Bewegung, das ist auch ein relativ unbewegliches System und deswegen glaube ich, dass der Weg, über die Gremien, mit den Gremien, über die Reformschritte zu sprechen, die möglich sind, um den Einfluss speziell der gesellschaftlichen Gruppen anstelle des Einflusses der Politik zu stärken, dass man da auf diesem Weg politisch ein Stück weiterkommt, als mit großen Fensterreden. Ich bedanke mich an dieser Stelle, aber Sie werden, das ist keine Drohung, gleich nochmal sich in die Diskussion einschalten. Erstmal, Fritz Wolff, herzlichen Dank für das, was Sie uns hier vermittelt haben. Dankeschön. Vielen Dank.